Wir schaffen das einmal bis zum nächsten Volkrieg Egal, was wir haben? Achso, was haben wir? Warte, was schmutzig zu machen, nein Alles die Maus, alles die Maus, nein, das ist nichts Hier gehts noch runter Ich hoffe, ich denke schon mal später lang Schauen wir mal eine Etage weiter nach unten Weiter nach unten Jetzt wirds hier gefährlich Hey, ich sehe eine Kiste da Ob ich so noch nicht gesehen habe Ciao, ciao Schauen wir mal, was wir hier finden Schlüssel des Betrachters Ein verzirrter Schlüssel In dem das Symbol eines Auges eingraviert ist Schalte ein, ne? Barrierefrei, die sich in der Nähe befindet Okay Schauen wir halt mal, wo die Barriere sich halt befindet Gut Es könnte sogar da oben das Tor gewesen sein Oder sowas Blödisches Ding Gut, die kann man nicht benutzen Okay Nichts Ah Gut Gut Gehen wir wieder hoch Und tun mal die Barriere frei machen War das hier? Wir gehen noch eins Ohhhh Ohhhh Vor allem ins Auge Äh Uhhh Hier lang Da ist nichts Nur ein Dämonentrick Ich weiß, was ich sah Er hat recht Uriel Es ist da Unter dem Gestank dieses Ortes Man spürt es Uralt Weder von der weißen Stadt noch aus den schwarzen Tiefen Dazwischen verloren Dazwischen Gah Tüft Dazwischen Höhlenwache All die Waffen Höhlenwache Hörschlagt ihn Bewegal Führ das Licht Ö himself Führ das Licht Ähm Okay, dann utens oder den engelsbäst hier drücken sie r2 und zu schießen drücken und halten sie r2 um feinde ist ziel für homing schütze zu erfassen was auch immer das ist also kurz die lenken guter pausch ist als ich nur ein schuss ich habe mir zu gleich das zu steuern so nur jetzt r2 raus Das ist was grosses Aaaaah Das ist was grosses Das sind die aber auch Das was grosses Alter Das ist die Ich hab den Blüten mit sich noch Und äh Aber ich hab ja noch nicht Aber ich hab ja noch nicht Ja, aber meine Energie wird aber auch nicht schon wieder Boah Schön Oh, Sau, sehen die Seelen Jetzt halten wir halt noch drei Schüsse aus, oder? Sau wie viel Alter Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, ein sechendes Mann Oh Willkommen zum ersten Tod in diesem Let's Play Richtig nice So, okay Jetzt bin ich an der Stelle wieder voll in Anki Gut, dass du eng und wie viel Aber Ich versuche die Bomben mit einem kleinen Wie doch viel Zell Langsam Geil Ah, die einfach Ah Wurde zu Hause ab Einmal gesagt Es ist mir schade, dass ich mich nicht zu sehr auf die Umgebung in den Zeitpunkt nicht machen So, jetzt gibt es mal eine neue Aber leider konnte ich wirklich nicht auf die Stadt achten Oh Oh Ah, da geh ich nicht geschehen viele Kinder Ah Ah Hey, komm, mein großer Schäf dir Ah Ich bitte nicht dir helfen, sorry Na gut, ja wohl mit Sahari Ich hab dich gar nicht in Faust Macht er die Fischer Eh, mit einem Schlagblatt Ah Keiner, die kommen mehr Was ist das denn? Hm Gut, jetzt soll ich das äh, eine Maus zu ziehen Aber Ui, ei, 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 ei Gut, vom Aude sind wir jetzt in ein Laberbecken Ah Ah Oh, geil Wir haben unsere 5.500 Euro zusammen Geiles Ding Ah Aber die sind jetzt wirklich Die sind jetzt wirklich noch weiter Auch die Gästen Da fahren wir Und zwar die Gästen Und Leid sie sich aus Aber ja, geil Komm Oh Oh, ja, ja, ja Ich fahre Boah, ich bin genau Was geht hier? It's up Ich bin ganz sauer da vorne Jetzt habe ich gesagt Ich komme etwas Durcheinander Hehehe Das ist alles was du kannst So Machen wir jetzt nochmal den Weg rein Ich sehe ja gar nichts mehr hier Uh, das machen wir einfach Ah, das machen wir wieder Kommt, naja, abgeschmissen Oh, so Oh, schön Schön Feuer Und jetzt Scheuerrigen sind fast so alt wie die Schweren Leute im Oh, ja, 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 ja Hier hat man Feuer gehüllt Da ist er auch eine andere Fall, da ist er auch eine andere Ecke, da ist er vorne. Und hier sieht gut aus, wie hat er vorne gemeint, das kann ich nicht sehen. Oh doch, ich brauche Seelen alles vermischen, was ich sehe. So, schade, schade, schade. Ach, guck doch, was ist das? Hey, warum kann ich das nicht angreifen? Oh, mein Tier. Mein schönes Getier. Tiamat, nehme ich an. Schätze, sie war heute nicht auf Besuch eingestellt. Ach, das ist Tiamat. Ah, kleinen Gegner gesehen. So. Auf jeden Fall, wir haben jetzt wieder gesehen, wo uns dieser Ritt hingeführt hat. Leider hat Tiamat unsere Beste jetzt getötet. Leider, leider. Und ja, jetzt werden wir uns, denke ich, an diesem Schloss etwas umsehen. Aber erst in dem nächsten Part. Bis dahin, danke fürs Zusehen und ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.